Was ist das Streitkräfteamt für das BMVG? Oder Werkbank, wenn Sie so wollen. Und die zweite Aufgabe ist tropendienstliche Führung von Dienststellen im Ausland, wie zum Beispiel alle Militärattachéstäbe, die mir unterstehen. Und es gehören dazu Dienststellen im Inland, die man so richtig dem Heer, der Luftwaffe oder der Marine nicht zuordnen kann, sondern die sind bei uns dann aufgehängt, wie zum Beispiel der Militärmusikdienst. Und damit gehören auch alle Militärmusiker in meinen Bereich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017